Würdet ihr sagen, wenn ihr verkackt, setzt ihr die 1.000 Euro ins Rennen? Irgendwas ich den Schöpfer heute erspricht, du gibst 1.000 drauf. Du gibst 1.000 drauf? Und ich gib auch 1.000 drauf. Nein, ich bin ehrlich. Moin! Ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid, hat geklappt. Super. Schön, dass ihr am Start seid. Moin, Emilio. Hallo, moin. Schön, dass du hier bist. Danke, dass du dich eingeladen hast. Unsere liebe Jury hier, wir zusammen heute. Ja, wir machen heute 1.000 Euro, wer uns den besseren Döner zeigt in Osnabrück. Ey, man kann mir mal drüber reden, dass du 1.000 Euro verschenkst. Das ist geisteskrank. Das ist gut, oder? Ich würde das niemals machen. Das ist sehr gut. 1.000 Euro, das ist wirklich krass. Ja, das ist heftig und auch ihr könnt die gewinnen, denn ihr müsst euch bewerben in den Kommentaren. Einfach was reinschreiben. Eure Stadt, Döner, Burger, irgendwas. Wir werden noch viele Formate in die Richtung machen. Irgendwas, was ihr in eurer Stadt zeigen wollt und schreibt das rein. Noch dazu werde ich folgendes machen, Emilio. Das mache ich jetzt. Ich push nochmal das Video. Ich hau 300 Euro Gutscheine rein in die Kommentare. Ihr könnt irgendwas denn kommentieren. Ich auch? Du nicht. Nein, nein, nein. Du nicht. Wenn das Video 15.000 Likes erhält, gibt es 300 Euro Gutscheine nochmal extra. Gute Idee. Und ja, dann wird das Video auch scheppern, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber allgemein wird es interessant. Ich hab Holland noch nicht geguckt. Ich hab leicht geluschert. Die Spieße sehen wirklich gut aus. Die Spieße. Also ich würde sagen, dann holen wir mal die Kandidaten ran. Wir haben wirklich ein geiles Team heute am Start. Jörg und Flo sind am Start. Jörg und Flo, kommt gerne zu uns. Ey, das ist der Wahnsinn. Ist die Rolle. Hi. Machen wir lieber. Machen wir lieber. Machen wir lieber. Genau. Also zum einen ist Jörg am Start. Zuschauer seit Tag 1. Wahrscheinlich eher mein Sohn. Jörgs Sohn ist eigentlich der Zuschauer. Der ist jetzt zu jung. Tatsächlich. Das wusste ich nicht. Ein bisschen Fehler in der Organisation. Das tritt Jörg an. Ja. Und der Flo. Wollt ihr nochmal ein, zwei Worte zu euch vom Stapel lassen vielleicht? Ja. Also ich mach das ja, wie gerade gesagt, für meinen Sohn. Und der hat dich ja vor 8 Monaten angeschrieben. Da gab es Kulti hier noch gar nicht. Vor 8 Monaten schon hat er geschrieben? Kulti gibt es ja erst seit 6 Monaten. Und da hat er noch einen anderen Geheimfavoriten gehabt. Aber dann kam Kulti hin und da sagt er, Papa, der ist tausendmal nochmal besser. Da müssen wir unbedingt hin. Ja und dann hast du dich ja gemeldet, ne? Ja, dann hab ich mich gemeldet. Geil. Schöne geschehen. Vor 8 Monaten geschrieben, Leute. Was sagst du denn? Hast du auch schon gegessen sehen? Ja. Wir waren letztes Wochenende hier. Wir drei. Und ich muss sagen, ne gute Entscheidung. Hey, ganz ehrlich, kann echt sein. Ja, ich hab nur einen Spiel schon gesehen. Der sah gut aus. Flo, was sagst du? Ja, ich bin Flo. Ich war vorher immer bei Kulti. Ich hab den quasi geghostet. Ja, ich hab von Ikai einen Kollegen damals einen anderen Döner vorgeschlagen bekommen. Den stell ich nachher vor. Ja, und können wir loslegen. Geil. Also der Jörg sagte auch nochmal, eigentlich sollte seine Frau noch mit dabei sein. Aber er sagte, er hat Angst, dass zu viele schreiben nach, weil es so rattenscharf ist. Wir sitzen da vorne. Wirklich, wirklich. Hat er Angst, dass ihr wirklich da ein bisschen rumgebaggert in den Kommentaren? Findest du die Story mit voll geil? Ja. Weil jetzt quasi diesen Dönerladen geghostet? Ja. Also weggehauen für den anderen Dönerladen. Ist so, ne? Das ist ne gute Ansage. Das ist ne gute Ansage. Ja. Also dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wir schnappen uns jetzt erstmal den Jörg so ein bisschen zur Brust. Du kannst ein bisschen dabei, schaust dir alles an. Gerne. Und Jörg, du stellst uns jetzt mal den Döner hier vor, würde ich sagen. Mach mal. Geil. Gehen wir rein. 1.000 Euro jetzt. 1.000 Euro für deinen Sohn. 1.000 Euro für deinen Sohn. Du musst natürlich dafür sorgen, wenn du jetzt siehst gleich, die machen irgendwelche Fehler. Weil manchmal sind die auch ein bisschen aufgeregt, machen das Fleisch nicht kosten. Dann musst du einschreiten und sagen, pass auf Jungs. Gib ihm richtig. Die Jungs haben es drauf. Ja? Da brauch ich keine Angst haben. Die verstehen ihr Geschäft. Ey, was spießt mich hier abgelegt. Guck mal den zweiten da an. Der brennt ja quasi. Ja, der brennt. Der brennt wie Hulle. Was wäre dein Favorit, Ivan? Was sagst du jetzt hier? Der in der Mitte sieht sehr gut aus. In der Mitte? Ich glaube mal so ein Hähnchendöner mit einer leckeren Knoblauchsoße. Weil die haben echt gut viel Soße noch zur Auswahl. Die liebt so. Die liebt so. Also wir haben hier Hähnchenfleisch. Hier haben wir das Kalbsteakfleisch. Hier haben wir das normale Kalbfleisch. Ganz links habe ich nochmal Lammsteak. Der sieht voll gruselig aus. Und das ist unglaublich lecker. 1, 2, 1. Das ist eine coole Geschichte. Ja? Rind und Lamm. Was würdest du denn empfehlen, Jörg? Die beiden gemischen. Mischen sogar? Das schmeckt super gut. Oh ja, dann machen wir das doch glatt. Zwei dünner und einen noch nehmen wir auch noch eben für Flo. Flo soll auch noch einmal testen, was ihn gleich erwartet. Das gleiche? Das gleiche nimmst du auch. Die Konkurrenz schmecken. Die Konkurrenz schmecken, ja. Der kann es nochmal anschmecken. Ich würde natürlich bei so einem leckeren Fleisch nicht so viel Salat nehmen. Wollt ihr das mit Fladenbrot oder wollt ihr das mit Vollkommen so? Genau, klassisch Fladenbrot. Wobei das Vollkommen natürlich super ist, aber ist nicht jeder Manns Sache natürlich. Ich glaube ehrlich, Vollkommen ist ja gesünder und alles mögliche. Aber ich glaube, das könnte man mit dem Döner vielleicht ein bisschen den Geschmack verzeihen. Ja, ja. Besser ist das normale. Was sagst du aber zu diesen Röstzwiebeln? Sagst du, das kommt gut, Jörg? Oder sagst du eher nicht so? Oben ein bisschen drauf, Röstzwiebeln und Schafskäse ist top. Okay, bin ich auch sofort am Start. Also ich weiß nicht, hast du jemals einen Röstzwiebeldöner gegessen? Ja, habe ich schon. Und? Ist nicht schlecht. Darf man aber nicht übertreiben. Glaube ich auch. Dann gibst du dieses Burgerfeeling. Die haben ja auch einen sehr krassen Eigengeschmack. Ja. Ein ganz klein bisschen Gurke. Und das war's. Keine Tomate. Und Schafskäse und Zwiebeln. Das leistet auch. 100 Euro. Stark, stark, stark. Das sieht schon mal gut aus hier. Stolz wie Papa. Guckt euch das nochmal an. Wir zeigen nochmal hier einmal rein, oder? So mögen wir. Genau so. Ich geb dir den hier schon mal. Danke dir. Die sind alle schön zeitgleich fertig hier. Das ist Nummer zwei. Und dann brauchen wir noch einen für den Floh. Ich muss aber auch zu sagen, ich bin noch ein bisschen, ich will nicht lügen, so einen Leichthunger hab ich schon. Ich hab Starkhunger. Ist aber nicht gut eigentlich, weil das verzerrt auch ein bisschen den Geschmack. Wenn man zu Starkhunger hat. Ey, ganz ehrlich, du kannst noch Schuhe essen, das schmeckt lecker. Ist ehrlich zu wahr. Ja, ich kann das gut auseinanderhalten. Ja, okay. Ich will mein Bestes. Was Fleisch mal einmal antesten? Oh, machen wir jetzt schon? Stark gewiss. Stark gewiss. Ja. Komm, Jungs. Dann gehen wir hier hinten einmal hin. Ja. Wir legen los, Leute. Guten Hunger, lasst es euch schmecken. Okay, danke. Wenn der immer so dick ist und das kein Kamerabonus ist, ist das echt ein Aussie. Denkst du Kamerabonus, Jörg? Ich sag bei 8,50, hoff ich mal nicht. Ne, der kostet 10,50 jetzt sogar. Bei 10,50 hoff ich das recht nicht. Ja, ja. Der sieht immer so aus. Das ist jetzt kein Fake. Ja, ist so. Würdest du schwören, Jörg? Würdest du schwören? Auf deine Frau? Auf deine Frau, ja? Ja, ich wollte auch gerade hin. Nein, safe. Ist so. Und, wie ist der erste Eindruck? Der Berliner Soßenkick kommt, aber geil. Und das Fleisch sehr stark gewürzt. Also, positiv starke Würze. Mhm. Ja, und das gemischt mit Rind und Kalb? Ja, guck mal gleich mal. Das Fleisch, ey. Ich hab beide das Gefühl, Spieße werden gern mal mit Honig gespickt, tatsächlich. Sorgt dann dafür, dass sie von außen etwas krosser aussehen, ein bisschen dunkler. Glänzen auch teilweise dadurch? Ne, das gibt dann diese Bräunung, diese geile Karamellisierung. Ich meine, der hier ist mit Honig verfeinert, du merkst es in einer leichten Süße so. Krieg ich aber sehr geil. Glaubst du nicht? Wie kommt ihr ein Stück Knoblauchsoße, bis er da vielleicht ein bisschen was reingemacht hat? Ne, ich hab das Fleisch also auch schon probiert. Okay. Also ich bin ehrlich. Ich hab immer Angst, wenn Leute Steakdöner sagen, weißt du, da hab ich schon mal erzählt, da hat man vielleicht mal so diesen Steak-Sandwich-Vibe, man denkt dann so, hm, was ist das wirklich ein Döner? Aber das Ding hat wirklich immer noch einen richtig geilen Dönercharakter. 100% Döner. Was sagst du den Körnern aus? Auch sehr geil, ne Ivanjo? Muss auch sagen, das Brot ist richtig gut. Zum Glück, ich bin ehrlich Jörg, zum Glück hast du nicht vollkommen gesagt, weil ich glaube, das ist echt ein mächtiges Brot. Das Brot ist geil halt, weil es dünn ist. Ne, man schmeckt den Döner richtig und nicht so brotlastig, ne? Geil, die Körner super. Brotkohl auch sehr geil, perfekte Säure finde ich. Also wirklich, ne, ich hab den Döner noch nie gegessen, ich kenn die Kette nur vom Namen hören. Ey, Döner ist doch richtig gut. Alter, ich bin ehrlich, das wird hart. Das wird eine verdammt harbe Aufgabe. Du kannst jetzt, du gib mir jetzt die Chance, du, für einen Hunderter, ich krieg jetzt einen Hunderter und kann's aufgeben. Ne, ne. Ne? Hätt ich auch nicht. Komplettes Risiko. Was hast du denn? Der ist echt gut, ja. Also so hab ich ihn tatsächlich noch nie gegessen. Nein, nein, nein. Aber der ist gut, ja. Gutes Frühstück, ja. Das stimmt. Schmeckt der Lamm? Ja. Also ich find den echt top. Was sagst du noch? Also fleischmäßig top, Brotgeil, Salat. Eine sagt, die ich bin gleich ganz konkretisiert, ich weiß nicht, ob deiner so ist, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Soßenlöcker gewünscht, weil der an einigen Stellen doch so ein bisschen mehr schlucken musste, weißt du, das ist ein leicht trockener wurde an ganz kleinen Stellen. Noch ein bisschen mehr Soßenlöcker. Ich bin auch wirklich Soßenfetischist, ich liebe Soßen, ruhig, 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 brutal. Aber ich weiß, bei euch das auch jetzt so ist, ob man vielleicht sagt, okay, ein bisschen mehr Soße könnte ich sein. Ich schmeck mich halt durch Fleisch rein und der kann ich darauf eine Antwort geben. Beides kann man machen, aber das Fleisch ist so stark, könnte ich auch auf den Fleisch reinschmecken. Das hat wirklich ein bisschen Beef-Feeling. Das ist geil, aber mehr Soßen, tatsächlich für so ein bisschen die Saftigkeit, hätte dann dem auch gut zu Gesicht getan. Ich denke, ultimative Frage, funktioniert der ohne Soßen? Nur Fleisch? Das glaube ich auch nicht, sag ich dir ehrlich. Ich glaube, es ist sehr schwierig. Ich glaube auch. Es wäre einfach ein bisschen zu trockener, Salat. Kein wenig. Aber? Wirklich ein Power-Döner. Also wirklich, richtig viel Power-Döner. Aber ich glaube dir, Jörg, nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn die normalerweise den Döder so machen würde und der immer so aufbrechen würde, das würden die nicht machen. Dann ein bisschen Kamerabonus ist dabei. Wir bewerten jetzt, wie wir ihn kriegen. Da ist ja alles Tutti. Du hast so viel Kraft in den Daumen. Die Menge ist aber auch noch größer. Die Menge ist aber auch noch größer. Die Menge platzt aus jeder Ecke gerade. Bei meiner war wirklich halbwegs normal. Das ist aber tatsächlich immer hier so gewesen, jeden Döner, den ich gegessen habe, ist unten aufgebrochen. Danach hast du dich halt ein bisschen eingesaut. Das war halt uncool, aber du hast halt viel Masse. Das kommt, weil die Schwester, die hat eine Reinigung nebenan. Wenn ich dann zusaust... Ich sage, der Döner braucht auch die anderen Komponenten dieser Döner auf jeden Fall. Also ich brauche die Soße, ich brauche den Salat, alles Mögliche. Das merke ich gerade am Ende. Die Konsistenz vom Fleisch, finde ich, hinkt an einer oder anderen Stelle. Doch ein bisschen bissig, ein bisschen hart. Ich möchte jetzt nicht sagen senig, aber es geht in die Richtung. Ich stimme mich hundertprozentig, genau die Worte habe ich gesucht. Aber nichtsdestotrotz starker Döner. Hundertprozentig. An mir fehlt es hier unten auch tatsächlich. Mir fehlt die Soße hier unten zum Ende hin. Und du hast zwischendurch beim Feeling das Fleisch, das man rauszieht. Man will es durchbeißen, schafft es aber nicht. Man zieht dann so ein größeres Stück mit raus. Aber dann hast du auch wieder so unglaublich, für den hier so unglaublich knustrige Stücke, die so unglaublich geil sind. Das ist wahrscheinlich eins der beiden Fleischsturken. Die ist richtig gut. Glaubst du, wir hätten nun den Steak unternehmen sollen? Also nicht den Lamm? Ich weiß es nicht, welches von beiden jetzt ein bisschen schlechter bekommt. Wenn die Soße bis unten durchkommt, ist ein Power bis unten. Mhm. Willst du eigentlich eine Bewertung direkt haben oder erst im Vergleich dann? Also wir sollten jetzt noch eben beide... Da gibt es eine Bewertung. Ja. Antonio hat meine Bauchtasche. Warte, ich muss aber auch noch mal ganz kurz an mein Portemonnaie ran. Warte, ich komme nicht richtig ganz ran. Ich weiß nicht, ob das jetzt so hart ist, aber ich will irgendwie ehrlich sein. Und ich vergleiche auch die Döner mit den Döner, die ich schon mal gegessen habe in meinem Leben. Ja. Ich mache ja auch gerne in meinem Kopf quasi das Ranking und so. Weißt du, Döner, ich finde, hat ein richtiges Phänomen gehabt. Weil Jörg, ich finde, der war am Anfang so, okay geil, was esse ich hier, weißt du? Aber ich habe noch nie einen Döner erlebt, der ohne das Böse zumal schlechter wurde. Noch nie erlebt habe ich schon oft erlebt. Habe ich seltener. Sag ich dir wirklich. Weil das Ende ist ja eigentlich immer geil wegen dem Fett, das sich sammelt, dann die Soßen. Weißt du, was ich meine? Und bei dem Döner würde ich sagen, aber das Obere war so gut, aber das Unter hat echt ein bisschen runtergezogen, die Wertung. Deswegen habe ich jetzt, wo man nichts heißt hier, ich habe eine 8,6 gegeben. 8,6? Ja. Stark dafür, dass du so noch zum Schluss, sag ich mal, in die Kritik gegangen bist, dachte ich, du bist deutlich schlechter. Ja, aber ohne Scheiß. Wäre da am Ende jetzt noch richtig krass gewesen. Wäre auf eine 9 vielleicht. Kann echt sein. Also ich finde, der Döner ist so einen breiten Vergleich. Nimm mal ein bisschen das raus. Wir müssen hier Kritik und positive Dinge äußern. Das ist für so ein, ich nenne es ja immer im Nicht-Selfmade-Ranking, also ein Döner-Mann, der seinen Dönerspieß bestellt, nicht selber macht. Ist das ein saustarges Ding. Ist ein saustarges Ding. Ja. Bei mir war in den meisten Teilen unten auch noch Soße zum Schluss. Teilweise war es ohne Soße, da war es leicht trocken. Das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt, dass so Fleisch-Soßen-Verhältnis ist und teilweise das Fleisch leicht gehinkt hat. Aber wenn man sich alle Dönerläden anguckt, Leute, ist das ein Muss so. Ich könnte wetten, in Osnabrück wirklich auch einer der besten Läden. Ey, ich bin grad, ey, du hast mich so heiß auf Wertung gemacht, Digga. Als ob die ein Kind kriegen würde. Ja. Sagen wir, was da steht jetzt. Alter, das ist ein saustarker Döner im Normaldöner-Bereich. Geht unbedingt diesen Döner testen, aber ich hab 8,3 gegeben. Okay. Aber trotzdem leicht schlechter als du, weil das Fleisch zwischendrin gehinkt hat. Aber immer noch besser als die ganzen anderen Läden. Ich sag aber, immer noch besser als die ganzen anderen Läden. Hätte All-Mein-Döner gehabt, hätte es besser gewertet, sag ich. Weil bei Holle haben die echt ein bisschen übertrieben in die Kamera wurde. Dein Fleisch ist überall rausgeplatzt schon. Die haben zu doll. Aber 8,3, ey Leute, wir reden über 8er-Döner, das ist geisteskrank schon. Jörg, bist du zufrieden mit der Bewertung? 100 pro. Flo, was sagst du? Schwitzst du? Ja, es wird sehr eng. Was hättest du gegeben? Was hättest du gegeben für den Döner? Ja, so eine 8,5 war mir teilweise dann am Ende auch ein bisschen zu trocken hier. So am Ende des Brotes, aber sonst war der top. Es gab ein Problem bei dem Döner. Ein riesen Problem. Er war gut. So. Dankeschön. Sehr gerne. Super Döner, Leute. Sehr, sehr starker Döner. Das freut uns sehr. Vielen Dank. Um das zu hören, ist nochmal anders. Sehr gerne. Also die Konkurrenz muss wirklich richtig schwitzen jetzt. Das ist mir echt hart. Also ich könnte wetten auf Ansage in Osnabrück einer der Besten. Oder der Beste. Dann werden wir mal sehen, was jetzt noch Flo auf die Kette bringt. Dankeschön. Gerne. Auch rein mein Lieber, ne? Dankeschön. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Also ihr Lieben, wir sind beim Excellent Döner. Ein Döner Truck. Was hast du denn dabei gedacht? Sag mal. Hatte ich vorher auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, tatsächlich. Wie gesagt, ein Kollege hat mir das damals mal vorgeschlagen. Ey, geh hier hin. Ess hier. Das ist mega gut. Ja, und ich kann dem nur zustimmen. Ist halt top halt, ne? Ja. Wenn du jetzt noch wechseln könntest, wo du eben den gegessen hast noch von Kuldi, würdest du wechseln jetzt noch? Nein. Ne? Nein. Ich sag das mal ehrlich heute, was ich gelernt hab, als wir in Amerika waren, ne? Foodtrucks geben sich noch richtig Mühe. Ja. Weil die haben keinen Laden. Jeder Kunde, der herkommt, den müssen sie überzeugen. Das ist meine Theorie. Und oft stehen da auch noch die Besitzer wirklich selber. Genau. Und deswegen, das ist ein Plus. Muss man noch einmal hier gucken, ob ich überhaupt genügend Geld mit dabei hab. Hm? Schiff mal. Schiff mal, Jörg. Schiff mal, Jörg. Das hat der Evalu eben noch. Ich hab mich hier einmal durch. Krass, den Taui abgenommen hast. Träftig. Ja, natürlich. Okay. Was würdest du denn machen, Paul, mit dem Taui? Wahrscheinlich Kameraököten entkaufen. Ehrlich? Ja. Willst du auch YouTube machen? Ne, ich mach so Fotografie und sowas. Ja, und da wär so ein neuer Buddy halt mal ganz cool, ne? Und du, Jörg, was macht so ne Mann? Den können wir ja nachher selber noch befragen. Also, ich würd vorschlagen, wir stellen einen Pool in den Garten, ne? Ja. Ne, meintest du mir schon, er würdest weiter investieren? Weiter investieren? Das find ich eigentlich voll interessanter Gedanke, mit 15 schon so weit zu sein? Stark. Ist klar auch in Ordnung, ne? Also, was ich beim Polschen mal erwähnen wollte, wenn man mich Döner mal anguckt, es ist auch Steakdöner. Das hab ich sehr überreicht. Hast du gesehen Steakdöner, ne? Steht ja hier. Steakdöner steht 100% hier. Steakdöner, 100% Steak. 100% Scheibenfleisch vom Kalb. Oh Jungs, ey, da haut ihr richtig auf die Kacke, ey. Ist es denn welches? Ist es ein Jungbulle oder ist es einfach, äh... Jungbullen. Jungbullen, ja? Aber dann eh, aber... Und was für einen Teil vom Jungbullen habt ihr da? Doch, das ist von der Hüfte, glaub ich, ne? Da ist teilweise ein bisschen Fett dazwischen, aber auch wirklich, um den nur saftig zu halten. Mit ein bisschen Knorpel sagst du das auch? Ne, ne, ne. Gar kein Fass. Ich teig kein bisschen Knorpel. Nur mal etwas Fett dazwischen, damit das schön saftig bleibt, genau. Okay. Habt ihr auch mit Honig drin? Das kann ich nicht so sagen. Ich glaub aber nicht. Ihr habt keinen Honig, ne? Was ist Geheimrezept? Warum scheppert er uns jetzt weg hier? Ich hab sehr viele Videos von dir gesehen. Naja? Das ist wahrscheinlich das, wonach du eigentlich suchst, ne? Uuuuh! Geile Ansage! Ich hab wahrscheinlich bestimmt 20 Steakdöner probiert, bestimmt 1000 Kilometer gefahren, bis ich diesen Fleisch gefunden habe, so, ne? Den lass ich komplett anfertigen, ja. Aber ist nicht das Hüftteil des Jungbullen sehr, sehr saftig wahrscheinlich, schätze ich mal einfach? Richtig, ja. Saftig, ja? Okay. Würdet ihr sagen? Seid ihr sehr siegessicher heute? Hundertprozentig. Eigentlich schon, ja. Seid ihr so siegessicher? Weil es geht heute um 1000 Euro. Würdet ihr sagen, wenn ihr verkackt, setzt ihr die 1000 Euro ins Rennen? Dann lass ich den Schöpfer heute ersprechen. Ich geb auch noch 1000er drauf, ja? Du gibst 1000er drauf? Ich geb auch noch 1000er drauf. Nein! Ehrlich? Was? Werdet ihr verkackt? Ehrlich? Erst ehrlich, im Umkreis von 150 Kilometer, bestimmt erstmal wieder so ein Döner probieren wie uns. Oh, scheiße. Aber ihr mögt nicht. Pass auf, ich zähle hier und dir dann 1000er drauf noch. Wenn du auch noch einen 1000er drauf tust, ja. Ja, das weiß ich ja noch nicht. Das weiß ich ja. Nein, aber was ist denn jetzt? Machen wir es oder nicht? Habt ihr 3000 Euro? Ja, ihr habt übertrieben. Okay. Das ist ja krass. Das ist ja geil. Das kann man 3000 Euro heftig sein. 3000 Euro krank, ja. Ja komm, dann nehmen wir beide den Döner. Flo, komm her und sag uns, wie wir den Döner essen, mein Lieber. Ganz normal Brot, Knoblauch, Kräutersauce, dann Fleisch, alles an Salat und zum Schluss halt so ein Tüpfelchen scharfe Soße drauf. Wir sind ja jetzt seit halbes Jahr hier. Und dann waren wir machen und tun, Fleischanteil, so und so viel. Jedes Mal haben wir gesagt, okay jetzt kann Holle kommen. Ja, ehrlich. Und jetzt bist du hier. Geil. Ich mische immer Kräuter, Knoblauch halt, weil das so eine geile Kombi ist. Entscheid du, entscheid du. Du entscheidest. Ich nehme so wie, ich liebe alles an Döner. Das ist so wie bei Frauen. Ich liebe alles an Frauen. Wer nicht, ne? Ja. Und den waren nur an Männern. Wie sieht der hier? Geht ja nur auf den Busch, ihr beiden, um die Bewertung auszupacken. Aber für 1000 Euro. Ja, für 1000 Euro. Und kein Kamerabonus Jungs, damit verkackt ihr es euch. Ich sag schon mal auf Ansage. Oha, da ist schon einer fertig hier. Interessant, der ist viel dünner. Der ist dünner, der ist dünn und schlank. Ich bin ehrlich, der hat deutlich weniger Fleisch. Deutlich weniger, ja. Ich will gar nichts rausnehmen zum Probieren. Ja, aber du musst ja, genau das meine ich halt, ne? Aber du musst nur mittel denken. Aber zu viel, vielleicht jetzt zu wenig? Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Zu viel, das ist kein Gleichgewicht. Das ist so wie, wenn du ein Auto bohrst und denkst, ja, ich mag einen Heckspoiler. Und dann machst du ihn drei Meter breit, hast du auch nichts von. Ja. Geht keiner weg? Aber ich sag's euch, ich könnte mir sogar forschen, um uns gut zu wollen, der ist euch sogar ein bisschen zu wenig, sag ich ehrlich. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, das ist auch ein Teaser, oh. ARD Text im Auftrag von Funk Anders. Ganz anders. Ganz anders als andere. Und die Drohne kommt gut raus. Oh, Jürgen, schon heiß. Jürgen ist heiß. Wie bei deiner Frau beim ersten Date. Da kannst du auch gleich reinbeißen. Du hörst Bescheid, ne? Interessant, das Rucula, ne? Mhm. Ich finde, ganz anderes Feeling. Bissen die auch? Komplett. Das kann man schwer vergleichen. Viel dünner, das Fleisch schmeckt ganz anders. Ja, das sagte ich ja auch. Das ist so ganz, ganz eng jetzt. Aber auch der Rucula macht echt ein bisschen was aus. Ja, ja. Also gegenüber vorhin bei Kulti ist der hier ganz komplett anders aufgemacht, wie ihr vorhin schon sagte. Aber ich bin eigentlich so mehr fleischlastig und ich mach das halt bei Kulti extremst gerne. Hier wird es aber mit dem Fleisch gespart, in Anführungszeichen. Aber ich finde, dafür ist das Fleisch wirklich eine ganz andere Qualität. Beziehungsweise schmeckt einfach anders. Schmeckt ganz anders. Auch dünner geschnitten, nicht so diese dickeren Stücken. Also so vom Feeling her, wenn man jetzt nicht ließ Steakdünner, hätte dann drüben sogar eher gedacht Steak als hier. Ich finde das Fleisch besser. Hier findest du? Ja. Direkt, du hast keinen, du hast nicht so ein, du weißt schon, ich meine, so ein Biss, wo du so dranhängst so ein bisschen und sonst was. Ich hab's ja gerade gesagt, vielleicht ist das nicht die Idee, aber dafür, dass du so wenig Fleisch gemacht hast, schmeckt jedes Fleisch total umso besser. Wie gut. Ich seh's nicht so eng mit diesen, sag ich mal, Sehnenstücken. Manche nennen das ganz eng, für die ist das No-Go. Bei manchen, die findest du nicht so schlimm. Ich glaube, ich werde mich sogar, bis wir die Bewertung aufgeschrieben haben, ein wenig bedeckt halten, dass wir uns gegenseitig nicht beeinflussen. Okay. Also ich muss sagen, ich find den Döner halt super ausgeglichen. Du hast halt von allem was dabei und es ist nicht so übermäßig voll. Weil ich mag das selber nicht, wenn ich zu viel Fleisch habe, da kommt die ganze Konstellation auseinander. Ja, ne? Sehr gut gesagt, wirklich, ja. Hundertprozentig. Ich muss echt sagen, diese scharfe Soße hat so eine richtig liebliche, leckere Süße. Geile Süße, ja. Geile Süße. Ich bin ehrlich, ich freu mich grad voll. Weil ich hatte ein bisschen Angst nach Kulti, ich dachte, da kommt glaub ich nichts mehr. Mhm. Das ist echt ein starkes Teil, Mann. Das ist wirklich richtig schön ausgeglichen. Ich glaube, zu viel wäre ehrlich zu penetrant. So hast du ne perfekte Schicht an Fleisch. Haben die echt gut gemacht. Seid mal so, Flo. Nix ist verloren. Deswegen hab ich die auch nicht eingetauscht. Was sagst du, Jörg? Wird immer besser pro Biss? Ne, ist relativ gleichbleibend, ne? Liegt ja am Aufbau. Der wird eher besser, der Döner, ne? Der ist andersrum. Ja, safe. Aber ich find, der Sprung ist auch nicht mehr so gigantisch. Oh, ich bin da schon in der Nähe, das Ende, ne? Es wird nicht unbedingt krass krank stärker am Ende so. Gleichbleiben gut. Dann müssen wir noch. Weißt du, was du mal gesagt hast, der goldene Biss, könnt ihr mir vorstellen, schnell fällt hier vielleicht ein bisschen aus. Bis jetzt merke ich, den goldenen Biss kommt noch nicht so richtig. Der Königsbiss, ne? Der fehlt noch ein bisschen. Diese scharfe Soße. Das ist mir ganz wichtig. Ich würd da drin gerne schwimmen. Seid ehrlich. Die ist richtig gut. Geiler Käse auch. Der Käse ist nicht so extrem scharf, nicht so deftig, sondern schön mild, aber irgendwie trotzdem voll im Geschmack. Ich muss aber sagen, ganz jetzt schon mal, kann ich mal sagen, ich fand das Brot bei Kuli besser. Das Brot bei Kuli war besser. So fluffiger, bisschen knuspriger. Das ist wirklich, du hast recht, das ist Kopf vor Kopf rein gerade. Brot hat leichte Defizite, So ein bisschen dieses Trockenheitsfeeling. Ja. Beim anderen war's das Fleisch, nie war's das Brot. Krass, ey, das ist so gut gerade, Das ist voll geil fürs Video. Du hast so eng ist. Ja. Hast du schon mal, äh, zweimal die Selbwertung gegeben und dann den Preis geteilt? Gab's das irgendwann mal schon mal? Nee, das hat noch nicht passiert. Aber Jörg, ich merke, du sag's nicht mal. Jörg, willst du uns nochmal final beeinflussen? Was sagst du zum Döner? Also der Döner ist sicherlich top. Was mir lieber wär, halt, bei mir ist genau das Gegenteil, bei mir dürfte mehr Schärfe sein. Bei mir dürfte auch der Knoblauch noch ein bisschen mehr rauskommen. Also den schmeck ich eigentlich... Ohne Scheiß, das stimmt. Ja, den schmeck ich kaum. Kaum. Ähm, das Brot ist bei Kulti definitiv eine ganz andere Hausnummer. Ne? Und, ähm, wie sag's? Sicherlich top, aber der Erste hat noch so, ich sag mal, so einen Hauch mehr. Dann mit dieser frischen Zitrone und dieser Königsmist, das ist ja auch geil. Du beißt rein und boah! Hast du am Anfang gefühlt gehabt, ne? Ich geh schon mal ins Nachdenken. Ich wollte extra nicht so viel sagen, du kannst dir auch schon mal überlegen. Das wird echt dauernd kurz. Ich geh kurz nachdenken. Vor allem, es gibt echt viel Geld. Das ist bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt ehrlich was sage. Alles gut. Jörg, ich hoffe, du verfolgst mich nicht. Ich muss nicht sagen, es hört sich jetzt krass an. Ich finde meine Bewertung ein bisschen... Es hört sich jetzt... Nein! Unentsprechend, wo ich den jetzt gegessen habe, ich hau es schon mal raus, merke ich, dass ich Kulti vielleicht ein kleines Stück zu gut gewertet habe. Ich bin euch ehrlich, die liebliche Soße war so gut, ne? Diese Verteilung war perfekt, dieses leckere Fleisch. Kein Stück, ich hab ihn auch gegessen, kein Stück davon war irgendwie knorplig oder... nicht knorplig, äh... hat sich gezogen oder sonst was. Und einziges Manko vielleicht, Brot hätte besser sein können. Dann, ähm... die Knoblauchsoße ist quasi gestorben, sind wir ehrlich, da war auch nicht viel von übrig. Ich hab es in 87 gegeben. Der war wirklich ein kleines Stück besser, wirklich jetzt. Das war ganz schwer zu bewerten. Wild, 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 wild. Ich bin so gespannt, was du jetzt sagst, wow. Also für euch erstmal, bewerbt euch, wie gesagt, in den Kommentaren. Wir machen noch eine Runde in eurer Stadt. Burger, Döner, Pizza, irgendwas davon. Ihr werdet sehen, ihr werdet viele Videos hiervon geballert. Und denkt dran, Daumen oben knallen lassen, denn ab 15.000 Likes gibt es nochmal 300 Euro Gutscheine, die ich in den Kommentaren verlose, unter allen, egal was ihr reinschreibt. Jörg und Flo, ihr Lieben. Boah. Alter, Jungs. Ihr habt es uns nicht leicht gemacht. Ihr habt es uns wirklich nicht leicht gemacht. Ohhhh. Hattest du jemals so eine knappe wie Sohle? Du wirst dich gleich wundern, mein Lieber. Okay. Für mich der Döner. Auch wieder überdurchschnittlich gutes Fleisch. Gut im Geschmacksbild. Also wirklich. Wir haben zwei Döner gehabt. Das hast du selten in Deutschland wirklich, dass du Fleischgeschmack hast. Richtigen Fleischgeschmack. Das hast du bei beiden gehabt. Mit der Hüfte überraschend gut. Beim ersten Döner war die Schwierigkeit ein bisschen mit dem Fleisch unten ein bisschen zu trocknen und dann doch mal ein etwas härterer Biss. Hier war das Brot etwas trockener und das Fleisch war auch saftiger. Hier hatten wir nicht das Soßenproblem, was wir bei Kulti hatten. Boah, ich bin so heiß. Aber nichtsdestotrotz weich ich deutlich ab, weil Gesamtfeeling vom Döner mit dem etwas zu trockenen Brot und das Fleisch, es hat heftigen Fleischgeschmack gehabt, aber das Matching und Gesamtgeilheitsfeeling vom Döner, doof gesagt jetzt, war bei mir deutlich besser. Was? Wow. Wow. Krass, dass du abweist. Heftig nicht gedacht, ich fand ihn richtig gut. Aber ey, danke dir, mein Lieber. Trotzdem. Geschmack zählt. Ja, Geschmack zählt. Jetzt können wir auch den Sohnemann nochmal dazu holen. Paul, komm mal hier nochmal dazu. Weil Paul muss jetzt nochmal eine Entscheidung treffen hier. Oh, stimmt, das ist eine Entscheidung. Paul, auf jeden Fall schon mal Glückwunsch. Danke. So, wir machen jetzt folgendes, auch unter die Osnabrücker. Entweder ihr nehmt die 1.000 Euro oder ihr geht in Runde 2 um 3.000 Euro und ihr dürft mit dem Chicken-Döner von euch nochmal antreten. Wir machen eine Chicken-Döner-Runde in Osnabrück. Also, ich bin 15 Jahre und da sind 1.000 Euro schon viel, deshalb würde ich die 1.000 Euro nehmen. Okay. Okay. Dankeschön. Sehr gerne. Glückwunsch. Glückwunsch. Sehr angenehmer Kandidat heute. Glückwunsch. Dankeschön. Das tut mir nochmal leid. Alles gut. Ey, krasses Abgewichtnis. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich muss sagen, der hat mir richtig gut geschmeckt. Er war geil. Es war ein geiler Döner, Leute. Unbedingt testen. Puh. Du hast mir so ein bisschen, ne? Ich hab nochmal extra Poker-Face gemacht. Denkt dran, jeder Döner kann verschieden werden. Die eine Seite ein bisschen mehr geröst, die andere weniger. Testet den Döner. Der ist stark vom Fleischgeschmack. Traum. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal, Leute, ne? Nein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.